Hi und herzlich willkommen zu einer ziemlich anspruchsvollen Integralaufgabe, die ich bei Facebook aufgeschnappt habe. Ich bin Magda und hier in meiner Facebook-Gruppe könnt ihr auch eure Fragen stellen, wenn ihr mal Aufgaben habt, mit denen ihr struggelt. Und ich schaue dann immer, dass ich, wenn es passt, zeitlich bei mir ein Lösungsvideo dazu bastle. Ja und hier ist es eigentlich gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt. Hier muss man erstmal gucken, dass man die Funktion irgendwie besser aufleitbar hinschreibt. Weil mit Wurzel x und dann auch noch im Nenner unten und x² im Nenner kann ja keiner was anfangen. Das heißt, die erste Sache, die ich mache, ist, ich ziehe erstmal die Faktoren nach vorne und sage, anstatt 4 durch Wurzel x schreibe ich lieber 4 mal 1 durch Wurzel x. Und anstatt 3 durch x² schreibe ich lieber 3 mal 1 durch x². Und dann das dx dahinter. So und jetzt geht's los. Jetzt kommen nämlich ganz viele Potenz- und Wurzelgesetze, die ihr können müsst, um das Ding hier aufzuleiten. Die erste Sache, ganz eindeutig, ist hier, Wurzel x muss irgendwie weg. Weil eine Wurzel aufleiten ist ziemlich uncool. Also schreiben wir das lieber um und sagen, eine Wurzel aus etwas zu ziehen, ist das gleiche, wie dieses Etwas hoch 1,5 zu rechnen. Das ist also irgendwie so eine Mischung aus Potenz- und Wurzelgesetz. Aber so können wir auf jeden Fall schon mal umschreiben zu Integral von 3 bis 4. 4 mal 1 durch x hoch 1,5. Minus, und da kommt die zweite Sache rein, die Potenzgesetze nämlich für negative Exponenten, so ein 1 durch a hoch b. Wie ich das hier habe, das kann ich immer auch umschreiben ohne Bruch zu a hoch minus b. Also anstatt diesem 1 durch kann ich mir den Bruch wegnehmen und dafür den Exponenten negativ machen. Also habe ich schon mal 3 mal x hoch minus 2 dx da stehen. So, und jetzt kommt das gleiche Gesetz nochmal hier drauf. Ich kann also anstatt 1 durch x hoch 1,5 zu schreiben, auch sagen, ich mache lieber 4 mal x hoch minus 1,5. Und das mache ich, weil ich dringend zum Aufleiten Exponenten sehen muss. Und zwar Exponenten, die nicht irgendwie in Wurzeln oder Nennern versteckt sind. Ja, und da geht es jetzt eigentlich ganz normal weiter. Eckige Klammern, Stammfunktion reinschreiben. Und für die Stammfunktion muss ja immer zuerst der Exponent um 1 vergrößert werden. Also bei x hoch minus 2, wenn ich minus 2,1 größer mache, bin ich bei minus 1. Bei x hoch minus 1,5 wird es zu x hoch plus 1,5. Weil ein Halb im Negativen plus 1 ist dann ein Halb im Positiven und minus 2 plus 1 ist dann eben minus 1. Da muss man aufpassen, mit den negativen Exponenten ist das manchmal nicht so einfach. Im zweiten Schritt, nachdem ich den Exponent um 1 vergrößert habe, muss ich jetzt den Vorfaktor durch den neuen Exponenten teilen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist 4, der Vorfaktor, geteilt durch ein Halb. Achso, ja, das ist 8, weil die ein Halb passt achtmal in die 4 rein. Und hier minus 3 geteilt durch minus 1 ist dann plus 3. Und schwupps, habe ich schon meine Stammfunktion gebildet, die Grenzen schreibe ich dran und dann kann ich das Ganze hier gleich einmal ausrechnen. Oder wenn ich möchte, vorher mir noch dieses hoch minus 1 hier wieder weg umwandeln und sagen, naja, das ist ja einfach wie 1 durch x, 3 mal 1 durch x, also letztendlich 3 durch x. Und dann habe ich hier 8 mal x hoch 1 halb, kann ich auch wieder schreiben als Wurzel x plus 3 durch x, Grenzen 3 bis 4. Und jetzt kommt der ganz normale Standard. Jetzt setzt man die obere Grenze ein, hat dann 8 mal Wurzel 4 plus 3 durch 4 minus das Ganze mit der unteren Grenze eingesetzt, also 8 mal Wurzel 3 plus 3 durch 3. Und was dann rauskommt, 8 mal Wurzel 4 ist ja wie 8 mal 2, also 16 plus 3 Viertel minus 8 mal Wurzel 3. Das Minus geht hier auf beide Sachen drauf, also auch minus 3 Drittel, sprich minus 1. Und wenn man sich das alles zusammenrechnen will, kann man wahrscheinlich am besten die 3 Viertel zu 0,75 umschreiben, weil man das dann viel besser verrechnen kann. Und dann haben wir 16 minus 1 ist 15 plus 0,75 ist 15,75, also 15,75 und das Ganze dann minus 8 Wurzel 3. Und das könnte man jetzt noch in den Taschenrechner eintippen, aber wir lassen das einfach mal so stehen, weil ich mal davon ausgehe, dass das eine hilfsmittelfreie Aufgabe war. Ja, und damit haben wir uns durch dieses schwierige Integral durchgekämpft. Wenn ihr ein ähnlich schwieriges Integral bzw. eine Stammfunktion sehen wollt, schaut mal hier rein in die beiden Aufgaben für BWLer. Und wenn ihr sagt, ihr wollt lieber eine ganze Klausur machen, wo auch Stammfunktionen und Integrale vorkommen, dann schaut mal in dieses Video da oben rein. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare und dann helfe ich euch so schnell wie möglich. Ciao, macht's gut und frohes Rechnen! Vielen Dank! Vielen Dank.